Wir werden jetzt abbiegen. Kein Motorhof. Sogar das liebeschönes Muster. In einem Kilometer rechts abbiegen. Bis zum nächsten Mal. Köln und Bodendorf. In 300 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen in den Kalbengornweg. Schöne Aufstehen von der Brücke, aber das geht noch besser als mit den Bühlen von uns. Das ist das Drehzimmer, das sind Aufstehen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Köln und Bodendorf. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. In 300 Metern am Ende der Straße links abbiegen. Aufnahmenwiesen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. 4 Kilometer der Straße. Wir sehen uns beim nächsten Mal.